Hast du schon mal einen DaVinci Resolve Makro gehabt, in das du gerne hineingeguckt hättest, wie es funktioniert, es allerdings verschlossen war und nicht aufzumachen ist? Tja, dann zeige ich dir heute einen kleinen Trick, mit dem du deine Makros einsehbar machst und das nenne ich Macro Hacking. Okay, angenommen ich habe jetzt hier das Just Auto Slide Panel von Bill Justice, ein wunderbares Preset. Ich verlinke in der Beschreibung mal einen Link zu einem Video von ihm, Bill Justice, geiler Typ. Okay, und in der Effect Library kann ich hiermit in Fusion gehen, um mir das mal anzusehen. Und du siehst, ich kann hier das Makro nicht aufmachen und sehe es auch nicht. Aber, wenn ich jetzt hier unter Effect Library Templates nach Just suche und mit Rechtsklick drauf Show Folder anklicke, dann öffnet sich hier der Folder, wo das ganze Ding drin ist. Und wenn ich jetzt mit, du siehst es schon, Notepad oder einem Editor reingehe und das ganze öffne, dann siehst du hier Code. Und bevor jetzt hier einige Schnappatmungen bekommen. Oh mein Gott, ich sehe so viele Lines of Code. Ruhig. Alles, was du tun musst, um das Ding zu öffnen, ist hier oben, wo Macro Operator steht. Das Makro in Group Operator umzuschreiben und fertig. Wichtig ist, dass du das ganze Ding groß schreibst. Dann klickst du hier oben auf Speichern. Und wenn ich jetzt neu dieses Just Auto Slide Ding hier reinziehe, dann siehst du, ist es eine Gruppe und ich kann mir ansehen, wie das ganze Ding erstellt wurde. Aber jetzt mal angenommen, du hast hier DRFX Dateien, wie meine Ribbon Titles zum Beispiel. Dann musst du das DRX File einmal kopieren, STRG C, STRG V. Und diese Kopie einmal umschreiben in eine ZIP-Datei. Auf Ja klicken. Und dann kannst du das ganze Ding öffnen. Und hier drin findest du dann Effekts und so weiter. Und diese Settings Datei kannst du dann auch direkt hier oben umschreiben von Macro auf Group Operator. Und diesen Tipp kannst du ja zum Beispiel mal an meinen Gratis oder Paid Transition Presets ausprobieren. Also für alle die, die mich in den Kommentaren immer wieder gefragt haben, wie macht man diese Rolling Transition, wo das Bild rausrollt, schau doch da mal rein. Und wenn du selber wissen willst, wie du Macros oder Transition Presets in der Vinci Resolve erstellst, dann schau dir doch mal die Videos an. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.